Weil ich sehe meinen Mauszeiger selber gerade nicht. Achso, die Waffe versuche ich mit... Nein! Okay, okay! Hä? Was habe ich denn gemacht? Und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. So, verlassen Sie Ihr Motelzimmer. Genau, nach dem schrecklichen Albtraum geht es jetzt hier weiter und wir machen einfach mal die Hauptstory weiter. Ich muss auch sagen, das Spiel ist gestern... Oh... Ich muss auf andere Gedanken kommen. Möglicherweise ist die Stadt voller Ablenkung. Und die können sich nicht verstecken. Okay. Ich kann sogar zoomen, sehr gut. Na, Black Gary wurde kurz zu die Offen des Überfalls. Und da sind richtig viele... Legen Sie Profile von Passanten an. Genau, Profile öffnen. Da sind richtig viele Watch Dogs Displays gestartet. So richtig viele. Ein kleiner Hack ihrer Gesichtserkennungssoftware. Und ich habe Zugriff auf jedermanns persönliche Daten. Oh yeah! Kriegen wir einfach mal hier rüber. Und, äh, ja. Und manche Kanäle sind auch schon bei Partnummer... Boah, ich weiß gar nicht, wie weit die jetzt mittlerweile sind. Ah, schon Wahnsinn! Ich glaube, ein Kanal hat jetzt, glaube ich, schon Partnummer 24 erreicht. Also, schon ein bisschen übertrieben. Schon sehr, sehr übertrieben. Kann ich bis da hinten springen? Ja, geil! So, jetzt suchen wir uns mal hier ein potenzielles Opfer. Ah, guck mal, hacken. Den hacken wir auch nochmal, aber ansonsten... Benutzen Sie Systemschlüssel, um Tools herzustellen. Okay, kürzlich Handvoll... Oh, was war das? Mögliches Verbrechen. Tat und Wiedermittel, sehr, sehr geil. Okay, gucken wir mal nach. Währenddessen holen wir uns hier noch ein paar Sachen weg. So, weil es volle Umwelche gerade durchlaufen ist ja blöd. So, jetzt haben wir doch... Profiler mit Y, das habe ich gerade gelernt. Wenn ich den Typ mal auf... Es muss die Frau sein, die der Typ verfolgt. Wer ist denn da nie? Es ist ein Marc-Code, ein Echter, der funktioniert. Wenn ihn jemand meins kennt, guckt er auf die Website mit meinem Hollywood-Blog. Gratis Werbung. Für alle, die dich ohne Hose sehen dürfen. Der Markt ist viel größer als du denkst. Wir müssen reden. Okay, jetzt bin ich hier drin. Oh, sehr, sehr geil. Da gibt es nichts zu reden. Kapier's. Es ist aus. Du isst nicht gewaltig. Ich bin nicht fertig. Ich muss ihn jetzt stoppen. Oh, jetzt, jetzt rein, jetzt rein. Oh, jetzt kriegst du's. Wir sind nicht fertig. Was sag ich dir? Oh, sehr gut. Sehr, sehr geil. Also, jetzt mal schnell hinterher. Verbrecher stoppen. Ich versuch mal, den Leben zu bekommen. Einfach mal. Ich glaub, da wird nix. In ne Beine schießen, ich hab' immer versucht. Das klappt nicht so ganz, ganz gut. Aber ich glaube, so ist eigentlich ganz gut. Yeah. Mit so einem Schlagknüppel auf dem Kopf. Ah, läuft. Event abgeschlossen. Hier muss ein Geldautomat sein. Da ist er. Ah, da oben war auch mein Ruf. Der geht das Wohnen ins Positive rein. Hat er auch schon über... Ich soll was untersuchen? Oh, neue Fähigkeit. Neue Fähigkeit zusammen. Und welche? Bekannter... Ja, genau. Das ist Multiplayer. Da kriegt man dann auch neue Fähigkeiten. Allerdings hab' ich hier eh null Skillpunkte. Deswegen macht's keinen Sinn. Fortschrittsbelohnung. Also man kann hier echt so viel machen. Das ist echt der Wahnsinn. Und die Maus hier drin ist viel, viel zu schnell. Ist ja der Hammer. Oh. Ich mach' nur die Waffe weg. So. Sehr, sehr geil. Ich hab' mir gesagt, ich muss ein Song gedownloadet. Ich bin noch nicht da. Genau. Schub die weg. Und dir auch, wenn du willst. Na, vielleicht. Wie geht's Maurice denn so? Oh, dem geht es ganz wunderbar. Ich werd' ihn an meinem Ablegeplatz... ähm... Ablegen. Ich brauch' ihn. Lebend, Jody. Ja, ja, lebend. Na klar. Entspricht nicht deinem Naturellen. Uh. Ich würd' ihn abknallen und gut. Aber hey, du bezahlst. Ich halte ihn am Leben, solange du willst. Ich will schließlich meinen Check. Sehr, sehr geil. Dann nehmen wir uns hier einig. Also, wir können jetzt, ähm, Autos kaufen. Beziehungsweise uns bestellen. Und ich glaube, je öfter wir so ne Karre klauen, oder generell verschiedene Autos klauen, desto mehr haben wir da zur Auswahl. So, lieber keine Bürger mitnehmen, dann lieber so forsten. Forsten. Oh mein Gott. Wir werden hier schön um die Ecke rasen. So, da hinten ist der Punkt. Und, da ist jetzt die Geburtstagsfeier von dem, äh, oh fuck. Das ist Polizist. Von meinem Neffen, glaub ich. Die Nichte wurde ja leider, ist ja, oh, leider gestorben. Oh, das war dann gar nicht so gut. Akt 1, der große Bruder. Ich war seit der Beerdigung nicht mehr bei Niki. Bin ich so weit. Bei Jacks letzter Party, sagen Lina, ein schiefes Happy Birthday. Laut und hemmungslos. Jetzt fürchte ich die Stille. Ach, der Profiler ist nur an. Ja, egal. Ich kann ja hier noch ein paar Leute ausräumen unterwegs. Ah, guck mal. Fang, wer hat heute ist auch irgendwie... Ach, guck mal. Das ganze Ding läuft ja bei Uplay. Also das System von Ubisoft. Und das ist heute auch relativ schwer erreichbar. Ich glaube, weil wir so viele das Spiel runtergeladen haben gestern. Also für euch habe ich ja gestern den Part aufgenommen, wenn man so möchte. So, da ist es. Okay. Mit der Elf, der war ein Jahr nicht mehr da. Lass dich mal ansehen. Du wirkst älter. Ah, nett. Vielen Dank auch. Ist sein erster Geburtstag ohne Lina. Wie geht es ihm? Redet immer noch mit keinem außer mir. Yolanda sagt, das sei seine Art, etwas Kontrolle zu behalten. Yolanda? Seine Therapeutin. Und sie hilft ihm. Es läuft gut. Nur halt langsam. Es ist schwer, aber wir schaffen das. Jax. Hey. Ich komme zu spät. Kriege ich... Kriege ich eine Umarmung? Wow. Bist du. Groß. Hey, was hast du denn da? Wow, der Heiler. Cool. Hast du ihm was Echtes geschenkt? Bring deine Spielsachen hoch. Ich will mit deinem Onkel reden. Ja, ich komme sofort nach. Das ist wichtig, dass du hier bist. Aber ich muss sicher sein, dass sich was geändert hat. Ich verspreche es. Du und Jax. Ihr seid die wichtigsten Menschen für mich. Ich werde nie aufhören, auf euch aufzupassen. Okay, an der Party im Hinterhof teilnehmen haben wir gemacht. Nikis Haus betreten. War Linas Geburtstag. Jackson himmelte sie an. Wie wir alle. Hm, hier gibt es nichts mehr. Okay, gehen wir mal rein. Du hast das Beste verpasst. Die Kinder haben Rächer gespielt. Diesen Typ imitiert, der ständig im Fernsehen ist. Lass mich raten. Jax war der Rächer. Nein, sie waren alle der Rächer. Und ich war der einzige Gangster. Aber ich war echt böse. Und hab's ihnen gezeigt. Ich hätte früher kommen sollen. Dann hätte ich sie gewarnt. Legt euch nicht mit Niki an. Ich weiß noch, du und Momi wart furchtbar krank. Aber Dad bestand drauf, sein Sohn muss seine Geburtstagskarte bekommen. Das Ding war einfacher scheuen, verbrannt und windschief. Genauso war Dad immer. Er hat nicht alles richtig gemacht. Aber die Familie war ihm heilig. Oh, entschuldige, ich plappere. Eventplanerin, die muss plappern. Ach, ehrlich? Nein, nein, ich will sie nicht unterbrechen. Wer ist denn da? Glauben Sie, die Nummerunterdrückung schützt sie? Hören Sie, die Polizei kann den Anruf verfolgen. Ich weiß, wo du wohnst. Sind denn alle Schlösser in Ordnung? Wer sind sie? Und was wollen sie? Fühlst du dich sicher, Niki? Wer war das? Völlig unwichtig. Nur ein dummer Streich. So was kommt vor. Meinst du, das ist stabil genug? Und, hast du die Stimme erkannt? Ach Gott, Aiden, lass es doch. Es ist gut. Gut? Er glaubt, er kann hier einfach rein. Woher willst du wissen, was er glaubt? Du überprüfst die Schlösser. Hör mal, ich schaffe das schon allein. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Niki, ich kann den Typ finden. Okay, pass auf, Aiden. Du hast dich nicht verändert. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Hör bitte auf, unsere Probleme zu lösen. Denn wenn du es versuchst, machst du es nur schlimmer. Besser ich gehe. Ja, das ist eine gute Idee. Oh, jetzt ist er traurig. Oh ja. Das ist richtig geil an mir. Das mag ich. Handy-Anrufer lokalisiert. Ach so, der war da vorne, WTF. Ich dachte, ich könnte noch den Opa da hacken, aber war wohl nix. Hinterher. Das ist meine größte Angst, dass meine Familie wieder betroffen wird. Oh Mann, gut, dass der so geil angezeigt wird. Durch die Gebäude durch. Genau, gegen Fabern. Fahr ich auch mal her, wenn nicht verfolgt wird. Fuck. Schön verpasst. Fahr doch. Könnt ihr mal schreiben, wofür die Schilder sind. Die aktivieren die immer. Ja. Tut mir leid. Hab überreagiert. Du machst mich manchmal echt wahnsinnig. Komm zurück, okay? Ich verspreche, ich flippe nicht wieder aus. Oh mein Gott. Jetzt hab ich ihn. Du verfolgst diesen Spinner, oder? Du verfolgst ihn ja so gerade. Quatsch. So ist das nicht. Hör auf den Helden zu spielen, Aiden. Lass es einfach. Lass was? Ja, die Verbindung geschleckt. Ich kann nicht nicht hören. Du kannst mich genau hören. Du musst jetzt sofort aufhören. Jawohl. Bist du noch da? Ich hör nichts. Ich muss los. Wollte ich noch nicht was machen. Sein Telefon hacken? Okay. Hör erst mal zu der Leiche. Dann haben wir einen Deal. Scheiße, ja. Kann ich ja kaum glauben, dass ich mich für einen Telefonstreich bezahlen. Nicky Pierce, ja? Ich werde die Schlöße erwähnen. Und das Kind. Aber es fühlt sich falsch an. Darum geht es ja. Das ist eine gute Frage. Hey, bist du weiter mit der Zag? Ich brauche die CTO Essex. Ja, ich bin noch dran. Die überprüfen dich. Gib mir Zeit. Okay. Dann brauche ich deine. Kannst du einen Anruf tracen? Kann ich meinen besten Kunden absagen? Moment. Worum geht es hier genau? Um einen Karl, der meine Familie bedroht. Ich will wissen, wer ihn bezahlt. Also der Anruf kam irgendwo aus dem Loop bezirken. Mehr kann ich leider nicht sagen. Okay. Angenomme, ich hecke das CTO ES im Loop. Dann sollte ich den Anrufer ausfindig machen können. Tun wir das. Blum baut gerade ein neues Kontrollzentrum im Loop. Das ist perfekt. Betzig hat schon versucht, das Zentrum anzugreifen. Ohne Erfolg. Und jetzt wird es noch stärker bewacht. Das wird also nicht einfach. Sei vorsichtig. Du klingst wie meine Schwester. Bleib cool. Ich bin bewaffnet von euch gefährlich. Der große Bruder. Mission beendet. Oh, sorry. Skillpunkt erhalten. Was skillen wir? Ich habe keine Ahnung. Fähigkeiten, Kampf oder halt hier mit Heckengedöns. Ich glaube, ich hole mir so einen neuen Akku. Akku ist immer geil. Ich kann ein bisschen mehr machen. Nehmen wir den Akku mit und weiter geht's. Wohin muss ich? Blumen heuert private Unternehmen an, um die CTO ES-Zentren zu bewachen. Wir sind sicher gut ausgerüstet und haben Lust auf Action. Ich bin bereit. Okay, ich glaube, jetzt wird es interessant. Das wird eine interessante Mission, hoffe ich. Abgehakt. So, dahinten müssen wir hin. Sehr, sehr geil. Rufbeschützer. 2000 Dollar habe ich. Knapp. Bist du irre? Ich denke mal, bei dem Spiel wird auch noch relativ viel nachgepatcht. Aus dem Grund, da ist... Oh, boah, da hat wer einen geiler Wagen. Sorry, den muss ich mir holen. Weil es ja auf Rechnern relativ instabil noch läuft und manchmal Probleme macht. Finde ich allerdings schade. Boah, was für ein geiler Wagen. Sorry. Halten für Stopp. Okay. Stopp. Meine Musik ist eh aus, weil die ist sowieso nicht so erlaubt. Achso, ich soll mir da jetzt eine Waffe holen, oder was? Wenn CTOS die Wachen verdoppelt, verdopple ich meine Waffen. Oh yeah, einkaufen. Hallo. Hallo, kaufen Sie hier Sturmgewehr 416. Sturmgewehr. Wo ist meine Maus? Hallo? Achso, Scheiße. Was der voll wehen hat gemacht. Okay, warte, ich kann... Mausrad kann ich hier durchwählen? Weil ich sehe meinen Mauszeiger selber gerade nicht. Achso, die Waffe... Nein! Hä? Was habe ich denn gemacht? Scheiße. Ach, Mann! Weil ich fucking falschen Knopf gedrückt habe. Okay, machen wir nochmal. Ja, lol. Jetzt muss ich zum anderen Waffengeschäft. Haha, läuft ja gut. Okay, fangen wir zum nächsten Waffengeschäft. Ist ja wahrscheinlich hier um die Ecke, da geht das. Richtig geil. Ah, da kommt man mit dem Lift hoch. Sehr, sehr geil. So. Ja, manche haben ja auch geschrieben, ich kann ja auch ein Pad dran anschließen. Dann kann ich halt mit dem Controller zocken. Finde ich aber blöd, weil dann muss ich auch mit dem Controller zielen. Und ich hasse es eigentlich, Shooter-Sequenz oder generell Shooter mit dem Pad zu spielen. Beziehungsweise zu shooten. Das sieht doch immer voll behindert aus bei mir, weil ich es halt nicht gewohnt bin. Ich meine, das kann man eigentlich relativ schnell erkennen, weil man kann zwar diese Zielhilfe aktivieren. Oh nein, das will ich schon mal der nächsten Mission. Aber ich habe keine Waffe. Egal, ich war trotzdem rein. Und das hat Gebäude hier an, wo man hier rein kann. Das ist eigentlich keine Waffe, Alter. Yeah, what's geht? Was geht los? Bam. Profiler aktiviert. Spreng, ja genau. Ich spreng, ich spreng. Oh, sie hat Angstzustände ausgezeichnet. Alter, was machen die hier? Die singen da die ganze Zeit. Da war sogar ein Watch Dogs Plakat. Geil. Was, was? Ihm ein Bein gestellt. Ich sah ihn kommen und hab ihm ein Bein gestellt. Warum? Naja, der Alarm ging los, als er durchging. Und er hielt nicht an. Wurde höchstens schneller. Und ich dachte, der klaut bestimmt wann. Also hilf dich hinauf. Wenn ich verarsche, ich kann nur da draußen gucken. Oh, alles voll Blut. Ein Zahn ausgeschlagen. Einer hing runter und so. Oh Gott. Und? Hat er gestohlen? Ich weiß nicht. Ich hab mich da sofort verpisst, als ich das Blut gesehen hab. Sehr, sehr geil. Oh, Vateken. Das war der Gabelstapler. Ich guck gerade. Ah, hier ist noch eine Kamera. Ich versuche mich jetzt mal durch das Gebäude zu bewegen. Aber ich bin nicht schwul. Okay. Wie, okay. Ich mein, hey, bin ich schwul? Wollt ihr mich verrauschen? Los, explodier! Haha, wie gar nicht das denn? Wo kommt das denn her? Wenn ihr nicht findet, seid ihr tot. Augen auf! Oh, WTF. Ich glaub, da wär's nicht so ne gute Idee. Aber mal gucken. Jetzt kann ich hier wieder ins Gebäude gucken. Oh nein, was hab ich gemacht? Falscher Knopf. Ich dachte, da wär ne Kamera. Ich muss hier jetzt irgendwie jemanden finden hier drin. Aber ich versuche gerade die Leute abzuscannen. Gabelstapler. Hier ist nichts zu sehen. Ich geh weiter. Nichts zu sehen. Ich geh weiter. Hier ist alles sauber. Ich geh weiter. Die alle dann selber so sagen. Hier ist sauber. Ich geh weiter. Wo ist denn jetzt die Wache mit dem Zugangscode? Alles sauber. Hier ist nicht. Ich geh weiter. Guck mal woanders nach. Alles sauber. Ich geh da lang. Weil das Problem ist, wenn ich die Wache jetzt sprengen, die den Zugangscode hab. Da könnte noch jemand sein. Oh. Den Zugangscode benutzen, um den Server zu erreichen. Bleibt wachsam. Warte, wenn ich hier anlocken drück. Wer ist da? Krass. Ich lauf jetzt in dem Typen rum. Oh. Ja, lol. Okay, das kenn ich schon. Ich hab echt besseres zu tun. Oh nein, warte. Sorry. So. Das geht klar. Dann geht der nach oben und den aktivieren wir. Alter. Jawoll. Ohne reinzugehen. Da hätte ich ja nicht gedacht, dass er da möglich ist. Wie geil ist das denn? Bitteschön. Was? Du meinst, du bist im CityOS? Jetzt schon? Ich sehe mir gerade das Netzwerk an. Du hast deinen Zugang und ich hab meinen. Das Profiler-System ist online. Jedermanns kleine Geheimnisse. Ein Knopfdruck entfernt. Das Ding markiert alle möglichen Sachen im Witzag. Das könnte sicher von Vorteil sein. Achte auf den Online-Verkehr. Da könnten Fixer im Netzwerk sein. Wenn ich sie sehen kann, sehen sie mich auch. Okay. Ich muss los. Ich hab zu viel Lärm gemacht. Gib mir Zeit, deinen Anrufer zu finden. Ich melde mich. Ach, wie geil das war, ey. Von draußen alles rausgeholt. Ist ja mal der Hammer. Müsste mir mal sagen, ob das noch jemand so gemacht hat. Wär mal auf jeden Fall interessant. Ah, guck mal, da hinten geht's weiter. Hey, du musst was für mich erledigen. Was gibt es? Ich hab einen lukrativen Team mit einem besonderen Kunden eingefädelt. Er braucht einen Fahrer. Nein. Die Sache ist, ich komm heute Morgen rein und seh, wie Maurice ich aus dem Gästezimmer graben will. Also muss ich ihn wegbringen. Das Problem könnte ich einfach auf Dach abwälzen, weil das schließlich dein Problem ist. Doch das ist echt nicht mein Stil. Ich bringe zu Ende, was ich anfange. Und ich hab nur eine Bitte. Ja, gut. Schön. Ich mach alles. Hey, ich will dich wirklich nicht dringen. Ich sag dir, ich mach's. Gut, um was? Genau geht es denn? Ist ein Lieferjob. Muss den Typen fahren. Nicht zu schwer, hm? Aber denke mal daran, dass man Ruf auf dem Spiel... Was ist das? Zum Teufel. Ein Fixer? Ich hab zu viel Lärm gemacht. Der hat mich gefunden. Ne, dein Ernst? Jemand dringt den dann Spiel ein? Dann finde ich ihn besser auch. Jardis Juggler. Das kann jetzt kein richtiger Spieler sein, weil ich bin ja offline im Grunde gerade, weil ich mich nicht bei ihm mit Uplay verbinden konnte. Aber ich denke, man ist jetzt ein Beispiel von... Außen eindringende Spieler, weil man kann ja auch irgendwie mit dem Tablet Leute hacken. Hacken. Habe ich auch heute mal versucht, die App zu bekommen, war aber leider negativ. Sonst hätte ich die auch schon mal hochgeladen. Vielleicht dann heute, morgen. Okay, ich muss ihn finden. Scheiße, er will sich reinhänden. Wenn ich sein Signal zurückverfolge, finde ich ihn vielleicht, bevor er mein Handy knackt. Sechs Prozent. Alter, wo muss ich hier? Ich fahr mal lieber schnell hoch. Genau, wie schon 17 Prozent weg sind. Ist ja der Hammer. Okay, der Kreis wird kleiner. 28 Prozent nur noch. Ich glaube, hier draußen... Na, hier oben ist er nicht toll. Falsche nämlich auch nicht. Das Auto ist voll scheiße. Ach, da unten ist der da draußen. Okay, warte. Okay, ich hole mir den mit diesem voll kacken Scheißwagen. So, warte. Wird ja gerne runter springen, da klappt aber nicht so ganz. 50 Prozent noch. Ach, hier soll ein Treppenhaus, wie geil. Lauf. Wie viele Leute sind hier denn? Zu allem Ernst? Das würde ich auch gerne wissen. Komm schon, das ist ja ein Ernst. Ja, ja, bestimmt. Ich bin schon sechsmal vorbeigelaufen. Wenn er redet, dann gurgel richtig, aber... Da bist du. Du gehörst mich. Töten! Vollidiot! Hey! Oh, fuck. Oh, er geht ins Auto. Nein! Sauber, so ein Taxi. Hä? Fahr' doch los, Mann! Voll weit weg schon, 200 Meter. Da hat er gerade nicht erwischt wurde, ne? Ich meine, ich hätte ja auch schießen können, aber okay. Ich glaube, die warten immer. Das ist mir so den Eindruck. Uh. Jawoll! Genau, klappt. Ha, 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 sehr gut. Wie viele von denen... Alter. Das war ja spannend. Das war ja mega knapp. Der wäre fast entkommen, hätte ihn fast nicht gefunden und dann doch schließen. Vollständiges Tutorial ansehen. Ne, das machen wir nicht. Ich würde sagen, wenn euch der Part gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Hier wird nochmal mein Bekanntheitsgrad gezeigt. Das gucken wir uns aber erst in der nächsten Folge an. Und ansonsten sage ich, haut rein. Tschüss!